Perl TV Brandneu bei Perl TV, brandneu im top aktuellen Katalog, machen wir endlich Schluss mit dem Kabelwirrwer. Ja, wir schenken Kabeln, Tablets und Co. ein Zuhause. Ja, gerade auf Reisen, da vergisst man doch irgendwie immer was. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie das wertvolle Ladekabel einfach irgendwo vergessen haben? Jetzt nicht mehr. Wir haben da eine clemmere Lösung für Sie, dass Sie Ihr Haar von Gut einfach immer zusammen haben. Und das gleich in drei Ausführungen. Nämlich drei besondere Taschen, aber die sind nicht nur perfekt für den Urlaub, sondern auch für zu Hause. Das heißt, am besten gleich mehrere bestellen. Sie kennen das vielleicht auch. Jeder hat so eine Schublade oder wie wir so eine Kiste voller Kabel, voller Karten, voller Batterien und was da alles nicht hingehört. Schauen Sie sich das mal an. Und dann weißt du nicht mehr, welches Kabel gehört jetzt nochmal zu welchem Produkt. Es ist wirklich ein absolutes Chaos. Aber wir versprechen Ihnen ja hier Abhilfe, nämlich drei schöne Organizer. Und da findet jetzt wirklich alles Platz. Wir können mal hier anfangen. Zum Beispiel diese kleinen SD-Karten. Die hast du überall rumliegen. Jeder hat SD-Karten oder USB-Sticks. Und die liegen dann irgendwo rum. Die findet kein Mensch mehr in der Schublade. Und die sortieren wir jetzt hier einfach mal ein. Irgendwo reinstecken. Ja, wir haben ja hier genug Platz. Die Karten, dann natürlich aber auch die Smartphones. Weil du kannst hier zum Beispiel auch dein Smartphone reinpacken. Ja, jetzt machen wir das hier noch zu Ende. Dann haben wir hier ganz viele Fächer. Auch hier vorne. Dann zum Beispiel das Handy. Und passend zum Handy dann auch das Ladekabel. Du hast hier Platz für neun Fächer. Und da passt jetzt hier sogar noch mehr rein. Nehme ich ein kleines Tablet-PC oder ein etwas größeres Smartphone. Also bis zu 8 Zoll, das sind 20 Zentimeter, hast du hier überall Platz. Alles ist schön geschützt. Auch hier mit Reißverschluss. Ja, für unterwegs. Zum Beispiel auch mal, wenn Sie eine kleine Festplatte haben. Oder wenn Sie zum Beispiel auch sagen, Geld. Oder kleine Karten, Visitenkarten, wenn Sie das beruflich nutzen. Da findet man wirklich Platz. Und zeig die doch auch mal bitte von außen. Weil die sieht ultra schick aus. Diese Tasche, schauen Sie sich das mal an. Die hat ja ein sehr, sehr robustes Nylon-Gehäuse. Hier schön abgesetzt mit diesem Kunstleder. Und dann auch hier schön für unterwegs. Wie man das von den Frauen kennt. Damit auch nichts runterfällt. Sehr edel. Sehr schick. Und wie gesagt, ihr liebstes Hab und gut bleibt geschützt. Ist dann aber auch sicher, damit Sie das nicht immer vergessen. Gerade im Urlaub, was du angesprochen hast. Das ist schon ärgerlich. Und gerade Platz für neun Fächer. Du kannst es ja noch mal zeigen. Das ist wirklich Wahnsinn, was da alles Platz findet, oder? Das ist wirklich da. Aber vor allem für 7,55 Euro. Da ist jeder Kulturbeutel, jede Tasche einer Frau auf jeden Fall deutlich teurer. Sie sehen, hier alles am Ort und Platz. Hier könnte Ihre Digitalkamera sein. Hier das passende Kabel dazu. Schluss mit Chaos. Die Speicherkarten, die werden hier gesammelt. Dann das Smartphone zum Beispiel hier schön geschützt einfach mal reinlegen in die jeweiligen Taschen, die Sie haben. Und das ist doch wirklich ein Traum. Bestellnummer HZ 2781 und die 569. Und vor allem auch nie wieder was vergessen. Also das ist natürlich jetzt auch hier ein ganz, ganz besonderes Augenmerk. Weil Sie natürlich gerade in so einer übersichtlichen Tasche ganz genau wissen, wo was hingehört, wo was ist. Und dann vergessen Sie es nämlich auch nicht mehr. Weil Sie dann ganz genau nochmal nachschauen vor Reiseabtritt. Ah, da ist einfach leer. Ach ja, stimmt, das Ladekabel fehlt. Zack, wird es reingelegt. Und alles an dem Platz auch wieder verstaut. Und geht somit. Wir haben das wohl auch in größeren Varianten. Zeigen wir Ihnen jetzt. Jetzt kommen wir zu der Tabletgröße 9,7 Zoll. Auch hier wieder ganz viel Platz und Stauraum für die Karten, für die Kabel, aber auch gerne für Kopfhörer oder hier das Smartphone, was wir hier auch reinpacken können. Vielleicht können wir hier das nochmal reintun in die Netztasche. Hier das Smartphone. Das ist jetzt die erste Seite. Hier sehen Sie alles schön geschützt. Aber wir haben natürlich noch eine weitere Tasche und da haben wir jetzt Platz für ein Tablet-PC, zum Beispiel 24,6 Zentimeter. Ja, einfach hier reinpacken, weil das ist wirklich ein richtiges Tablet-Fach. Hier die Rückseite, die ist extrem gepolstert. Das heißt, auch wenn Sie die Tasche mal versehentlich irgendwie ein bisschen unsanft auf den Tisch legen, ist das Tablet hier schön geschützt. Auch hier wieder ganz viel Platz zum Beispiel für dann die Ladekabel. Vom Tablet, ja, da haben wir ja hier jetzt genug, also die hier Platz finden würden. Wobei ich jetzt auch sagen muss, gerade so für Camcorder, Speicherkarten oder Sie sagen ein paar Batterien, die ich vielleicht auch mal unterwegs brauche oder andere Kabel. Man sieht das hier eben schön auf einen Blick, was man alles hat. Dann kann man das hier schön einsortieren. Ja, das geht ja wirklich ganz praktisch. Hier die kleinen Netztaschen, alles schön dabei und eben gut geschützt dann auch vor Langfingern. Weil die können Sie ja überall hinnehmen, wenn Sie fertig sind mit Arbeiten, zuklappen, Reißverschluss zu und dann habe ich die hier auch unterwegs dabei. Die kann ich mir einfach unter den Arm klemmen oder später aber auch, da kommen wir gleich dazu, über die Schulter hängen. Aber auch gerne Stifte, alles findet hier Platz. Für 9,45 Euro mit der Bestellnummer HZ 2782 und der 569. Kennt man ja auch von Fotografen zum Beispiel. Die haben ja auch immer so Taschen mit, wo die dann die einzelnen Speicherkarten zum Beispiel auch für ihre Kameras haben. Dann HDMI-Kabel zum Beispiel, um das Ganze zu übertragen. Alles am rechten Platz und vor allem geschützt. 9,45 Euro die mittlere Variante. Aber wir haben auch noch das große Modell für Sie. Guck mal, hier ist das nicht schick. Das ist jetzt die Schultertasche. Kann man als Schultertasche benutzen, ja, aber muss man nicht machen. Man kann natürlich auch hier den Schultergurt abmachen mit den kleinen Karabinerhaken. Aber schauen Sie mal, wie viel Platz Sie da jetzt haben. Da passt jetzt sogar ein Tablet-PC oder ein Notebook rein. Falsche Tasche natürlich bis zu 13 Zoll, also 32 Zentimeter. Hier, da findet selbst unser riesen Notebook Platz. Auch hier, dann vorne natürlich gleich das Ladekabel vom Notebook mit dabei. Oder Sie packen hier im vorderen Teil noch eine Digitalkamera rein. Oder eben, was man unterwegs so braucht. Die Männer noch den Geldbeutel, wir Frauen die Schminksachen, ein kleiner Spiegel. Hier an der Seite kann ich das dann sogar aufhängen irgendwo. Ja, dann auch zu Hause, wenn ich nach Hause komme, direkt irgendwo aufhängen. Es ist alles dabei. Und wichtig natürlich auch nicht nur, dass man alles dabei hat, sondern dass eben solche teuren Geräte wie Tablet oder Computer auch vor Kratzern geschützt sind. Wir wissen, dass doch gerade so ein Tablet, ja, ist sehr, sehr empfindlich für Kratzer. Einfach dann hier hineinpacken. Auch hier ist das Ganze natürlich wieder geschützt vor Kratzern. Ja, also hier kann gar nichts mehr passieren. Einfach hier in die kleine Seitentasche rein. Hier vorne noch das Ladekabel oder eben auch mal so wichtige Dokumente, die man gerne dabei haben möchte. Und dann ist das hier alles schön geschützt. Auch hier ganz praktisch alles mit dabei mit dem Tragegurt. Und wie gesagt, du kannst nichts mehr vergessen. Ist das nicht herrlich? Ich gehe vor allem zu diesem Spitzenpreis. Allein eine Notebook-Tasche mit so vielen Fächern und so gut gepolstert, die liegt bestimmt preislich bei 40 Euro aufwärts. 39,90 Euro, sagt auch die UVP. 12,30 Euro für Sie. Das ist natürlich jetzt auch was Schönes, was man vielleicht auch mal den Kindern mitbestellt, die vielleicht auch das erste Notebook haben oder das Tablet und vielleicht auch dort mal zum besten Freund marschieren in den Sommerferien oder vielleicht auch mal zu Ihnen zu Besuch kommen. Gerade natürlich für diese elektronischen Dinge zahlt man einfach unfassbar viel Geld fürs Tablet, fürs Notebook, für Ihren Digitalrekorder, für Ihren Camcorder zum Beispiel. Und da ist es einfach wichtig, dass Sie natürlich auch Schutz auf die Sachen geben und vor allem auch auf die passenden Ladekabel. HZ 2783 und die 569, jetzt hier die große Variante. Anne, kommt denn dieser kleine Schulterriemen mit dazu? Ja, wie gesagt, den gibt es noch mit dazu, einfach mit dem Karabinerhaken. Kann man nutzen, muss man aber nicht. Ja, den können Sie dann einfach hier mit einklemmen, so. Und dann kann ich das auch ganz bequem tragen oder, das ist ja so ein bisschen Geschmackssache. Der eine trägt es lieber so oder hier hinten am Griff. Ein anderer tut sich das lieber um die Schulter, weil man dann eben die Hände frei hat. Es ist, wie gesagt, dann alles gedacht und auch optisch ein absolutes Schmankerl. Also, wenn auch Sie so vergesslich sind wie ich, ja, und jedes Mal irgendwo die Kabel hängen lassen im Urlaub, jetzt ist damit Schluss. Ja, ganz genau. Denn es ist uns allen schon mal passiert. Und Sie kennen wahrscheinlich auch diese Krimskramschubladen, die man hat, wo ganz viele zahlreiche Ladekabel sind und man gar nicht mehr richtig zuordnen kann, was welchem eigentlich zugehört. Deshalb hier Schluss machen, vielleicht auch verschiedene Größen und Varianten bestellen. Eine zum Beispiel, die Sie für unterwegs mitnehmen, eine, die Sie einfach zu Hause haben und dann jetzt mal für ein Wirrwarr sorgen, das endlich ein Ende hat und dann alles schön behütet und vor allem wohlverstaut und verpackt mitnehmen, wohin Sie es brauchen und vor allem auch gleich sehen, was denn da fehlt und was Sie vielleicht an Ihrem Urlaub und was Sie noch vergessen haben könnten. Brandneuen Katalog für Sie schon wahnsinnig reduziert. Greifen Sie zu, sichern Sie sich die verschiedenen Größen und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß auf dem nächsten Trip oder auch zu Hause beim Aufräumen.